jo Freunde was geht ich bin's wieder euer Pyro Sachse mit einem neuen Video für euch und zwar diesmal das Prospekt von Thomas Phillips Sonderposten ich weiß nicht ob das ein Baumarkt ist oder irgendwas auf jeden Fall ein Discounter und da ist mir das XXL Set hier Youngster Set gleich auf der Titelseite in den Kopf ins Auge gestochen was wenn es um Silvester geht das sticht eben alles ins Auge für 9,99 alles Kinderzeug schön so fangen wir an riesen Vollwerkverkauf ab 29.30. und 31. Verkaufsstart ab 8 Uhr finde ich mal schön Cubic Funder für 1,11 Euro nicht schlecht schön günstig dann China Balloté für 4,44 Space on Fire für 13 Euro äh ja 12,95 Haufen ein riesengroßes Sortiment dann Tiger Head 3,33 Wilde Hummel 2,99 100 Schuss Pfeif Rakete Super Megamatte 7 Euro 1000 Knalleffekte naja das ist immer ein bisschen so langsam die letzte die ich hatte die war ja mal richtig laut dann uh die haben viele Artikel hier so Pyro Cracker für 5 Euro 320 Stück ist ganz schön teuer eine Knallkette für 2 Euro eine Hasta la Vista Baby für 1,59 Super Baller B für 8,88 etwas zu überteuert finde ich Super Kometenschau für 3,99 San Francisco 6 Euro 100 Schuss Batterie mit roten weißen und grünen Kometen dann geht's hier weiter Rockstar 6 Euro 19 Schuss gefällt mir natürlich nicht zu dieser Batterie Challenger 8,88 Feuertöpfeffektaufstüge, Knister, Sternen, Pugets, Feuerblüten und Crackling Sound nicht schlecht Nightstar eindrucksvolle Feuertöpfe mit Schweifaufstieg 9,99 Nightbeam die Batterie naja gefällt mir nicht so schön also meiner Seite aus gefällt es mir nicht 14 Euro Mega Countdown 28 Schuss nur einmal anzünden 1x3 Schuss Vulkan Batterie 9 Schuss Bombette 16 Schuss Kometen Batterie 16 Euro Kometenspektrum 16 Euro kenne ich nicht diese fontänenartisches Ding da Death Valley 43 Schuss 19 Euro mit viel Farb Feuerstern Quackling Effekten und einem grandiosen Finale finde ich habe ich noch nicht gesehen diese Batterie aber den Klang klingt nicht schlecht kein Feuerwerksverkauf in folgenden Märkten und am 29.12.15 zu den gewöhnlichen Öffnungszeiten also Mayday 20 Euro 42 Schuss Fächer Batterie dann zu der Raketensortimente finde ich eigentlich ganz schön günstig habe ich mir schon vorher mal ein bisschen angeguckt Silvester Party 17 Raketen 4.44 Mission Moon 13 Raketen 8.88 die Preise finde ich natürlich richtig geil dann Rocket Mix 11.11 12 Raketen dann Fly High 21 Raketen 18 Euro dann haben wir hier ein schönes Familiensortiment für 5.55 ein paar Raketen ein paar Knaller paar Kinderknaller Space Sound Raketen ein schönes Familiensortiment für einen schönen Preis und eins was mir auch gestochen ist 130 Teile mit vielen Böllern und allem drumherum dann für 7.95 Midnight Mystery 15 euro ein 70 zentimeter wunderkerzen für 1 99 der mount everest für 555 großer vulkan von keller also die bieten alles keller woche an bundes lichterwerk für 444 und spaceship one für 888 auch haufen leuchtfeuerwerke drin und allem drum dran so dann hier gibt es mit der letzten seite weiter riesenraketen 30 stück für 14 euro escape feuchernraketen die ersten sich immer rotz dann mirakel 888 200 schuss dann crackling und knall für 66 cent das gefällt mir und das werde ich mir auch holen das können werdet ihr in meinem einkauf dann wissen ich mache eine einkaufstur die werde ich auch filmen dann flying arrows für drei euro da bin ich mir nicht sicher ob ich die in meinen 0 uhr fahrwerk an anfang mit einbauen wird bestimmt ein schöner effekt zu drei stück zehn euro natürlich reibkopf knaller 1 11 20 stück ein großer verbund 74 schuss für 50 euro das sind halt solche sachen die ich nicht so leiden kann das weil man es nicht so gefällt space power auch wieder ein verbund für 20 euro und noch einer für 36 66 so und dann hier drüben ist nichts mehr und dann würde ich mal sagen das war's von meiner seite aus mit thomas phillips sonderposten und dann würde ich mal sagen sehen wir uns im nächsten prospekt wieder bis zum nächsten video und tschüss